Ich bin in der Mount und Johanna verteidigt mit ihren Armen den Hals. Ich greife diagonal in den Anzug hinein, wie als wollte ich einen Kroftschock ansetzen. Ich schiebe den Arm rüber zur Seite und fixiere ihn mit meinem eigenen Oberkörper. Ich rutsche mit dem Knie so weit herum, bis ich ihren Kopf berühre. Nun nehme ich mit der freien Hand den Ellbogen und ziehe ihn zu mir nach oben. Nun, ich bringe meine Ferse unter ihre Schulter, lehne mich nach vorne und stütze mich mit der Hand ab, setze das Bein über ihren Kopf und greife den Arm. Diagonalgriff, sie verteidigt, ich schiebe den Oberarm rüber, fixiere mit meinem Oberkörper, bringe das Knie zum Kopf, greife mit der Hand unter den anderen Arm, setze den Fuß darüber, lehne mich nach vorne, hole mir den Arm, Bein drüber. So, erst dann in den Arm setzen und in den Arm rüber. Ein letztes Mal.